hallo meine liebe und welcome back bei mir mein name ist steffi und ich bin unabhängige sensibiraterin ich hoffe ihr könnt mich gut sehen ich sitze nämlich zu später stunde noch hier draußen unter meinem pinkfarbenen pavillon geht dies noch das letzte vogelgezwitscher und das gott sei dank trockene wetter und komme auf meine challenge in anführungszeichen zurück wie ich ja gestern schon gesagt habe in meinem video hatten wir am samstag großen trainingstag einige berater haben mega geile trainings abgehalten und eine ganz liebe beraterin hat uns eine 30 tage challenge zur verfügung gestellt und in der gilt es eben also eigentlich live zu gehen aber das ist irgendwie noch nicht meine welt auf den live knopf zu drücken und deswegen mache ich das jetzt hier auf youtube vielleicht bin ich ja nach den 30 tagen soweit und kann dann sagen okay der erste punkt ist die frage warum habe ich damals mit sensi angefangen warum also ganz ehrlich eigentlich wollte ich dieses geile status set für 99 euro haben weil es war für die 99 euro was so viel drin dass da ist in habe ich ja ein video schon dazu gedreht was für ein wert die sachen wirklich haben und für 99 euro und die intention war ein bisschen ein taschengeld zu haben für meine zweite leidenschaft neben sensi nämlich die tattoos kosten ja auch geld müssen bezahlt werden und dachte ich mir das wäre mit sensi eine richtig geile idee sich nebenbei da ein bisschen das tattoo geld zu verdienen und das war eigentlich so die intention daraus mittlerweile muss ich sagen also es ist immer noch das nette taschengeld nebenbei ist immer noch mega über die produkte brauchen wir gar nicht reden bin ich sowieso hellauf begeistert und es ist auch der zusammenhalt in der im team in der kompletten gruppe ist also quasi so art wie familie also da ist so ein zusammenhalt teilweise da dass das man das wirklich schon fast wie die sensi familie nennen kann ich glaube so außenstehende würden sagen das ist eine sekte und ja es freut sich einfach jeder über den anderen seinen erfolg und es wird angefeuert und mit gefiebert wenn der nächste aufstieg ansteht und das finde ich einfach cool ich finde es einfach cool und da gibt es bestimmt auch kleine stuten bissigkeiten aber das jetzt so wie bei anderen wenn man hört sieht sich eine die anderen oder sich gegenseitig die sich die augen auskratzen nein also passiert hier wirklich nicht es ist jetzt nur sensi macht einfach spaß es macht mir mittlerweile so viel spaß und es ist hobby und ein großes hobby von mir und mit einem hobby was spaß macht dann auch noch nebenbei geld zu verdienen ist doch mega ist doch recht geil und ja und das war irgendwie damals meine mein beweggrund mit bei sensi einzusteigen weil ich einfach dieses unglaublich geile status haben wollte und vielleicht ist es ja was für dich wenn du das auch haben willst kannst du dir mal anderes video vorher anschauen die ich gemacht habe und wo ich die einzelnen starter kits vorgestellt habe morgen geht es weiter mit meiner challenge und hab dann ein bisschen ein nachsehen weil ich werde mich also jetzt nicht die drei nächsten 30 tage mit meinem namen vorstellen also ich werde das weiterhin sonntags machen wenn ich meine was habe ich die letzten tage erwärmt videos mache aber jetzt so bei dieser challenge werde ich das nicht tun und ja ich bin gespannt was noch so kommt ich hoffe es kommt es dann morgen ein bisschen eher dran wie jetzt weil jetzt haben wir es glaube ich fast 22 uhr und ich freue mich bis bald